Gute Jungs! Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Play Single Play! Wir sind wieder drinnen. Wir sind wieder da. Wir haben folgendes vorbereitet, meine lieben Freunde, für die heutige Folge. Einmal haben wir jetzt den ganzen Smooth-Sound, den wir brauchen. Wir haben E-Rails noch gemacht. Also wir haben fast alles außer Dirt. Und alles in der Schalk-Erkiste. Das ist sehr gut. Ich werde parallel neben dem Video dieses Show-Rail schauen, weil ich das absolut nicht aus dem Kopf kann. Also wenn ich kurz raus-tappen muss, tut es mir sehr leid. Ich probiere es so gut es geht zu bauen, ohne dass ihr es mitbekommt, dass ich raus-tappe. Was wir aber auf jeden Fall brauchen noch ist Dirt. Deswegen holen wir uns den gerade mal. So. Zack. Bisschen unauffällig holen. Ob das jetzt unauffällig ist, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Ein paar Blumen angesammelt. Wollen wir ja nicht die Umwelt verpesten. Ähm. Dann gehen wir wieder hoch und gehen in unseren Keller, um diese ganze Farm zu bauen. Ähm. Ja. Ich glaub die wird ganz gut. Ich glaub wir schaffen die in der Folge. Sollten wir aber eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Die könnt ihr natürlich auch gerne nachbauen wenn ihr dies möchtet. Ich kann euch gerne den Link dazu auch mal in die Beschreibung packen. Ich glaub das ist von Flash heißt der. Der macht manchmal so. Ich glaub der macht hauptsächlich so Tourals für so Farmen und sowas. Von dem werden wir uns wahrscheinlich auch die Creeper-Farm abschauen. Weil die ist auch ganz gut die der hat. Ähm. Ja. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Wir müssen jetzt alles haben was wir brauchen. Und hoffen wir dass wir das alles ohne Probleme hinbekommen. Ich sollte das hier auf jeden Fall nochmal weg machen. Und sollte vielleicht einfach ein Wasser mit einem Loch da unten hin platzieren. Weil dieser Aufzug braucht ja Jahre Jungs. Der braucht wirklich Jahre. So. Was wir auf jeden Fall brauchen ist eine 18x18 große Fläche. Und so vier Blöcke hoch meinte der. Okay. Wir machen uns hier aber ein bisschen Platz nochmal. Weil ich nicht weiß wie das mit den Kisten gehandhabt ist hier. Ja. Wir können hier mal unser Skull-Ding hin tun. So. Das sind vier Blöcke hoch hat er gesagt. zack. Zack 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 zack. Zack zack zack. Zack 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 zack. Das sind jetzt mal 18x18 Blöcke. Also so ungefähr. Wollen wir mal hier so. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Emirates. Wichtig. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und ich bin hier auf dem 18 Block. Genau. Dann müssen wir das hier in die Richtung auch nochmal ausheben. so. Perfekt. Ich setze jetzt ungefähr vier Blöcke nach oben. Machen wir mal ein Lichtchen hier. So. 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 Das dauert jetzt wieder einen kurzen Moment. Ist auch gar nicht so teuer die Farm. Also die geht eigentlich voll fit dafür was die kann. Meiner Meinung nach. So. Zack 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 zack. So. Jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen freestyle. Weil jetzt müsste ich das Video mal starten. Ich habe es mal ohne Ton gemacht. Ich hoffe mal, dass ich genauso schnell bauen kann wie der Typ. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich als erstes den Hopper und die Kisten brauche. So. So. Ein bisschen größer aushöhlen hier. Ich weiß auch nicht wie das mit Zuckerrohr ist. Mit dem Platz. So. Platz. So. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 15. 15. verkacken direkt das ding ist aber auch dass die farmen halt nur aktiv sind wenn wir auch in der nähe sind deswegen sollten wir relativ die farmen alle in der nähe platzieren jetzt holt er sich die kiste und den hopper die redstone torch brauche ich glaube ich auch und pressen den repeater jetzt fängt er an damit dass er was macht er jetzt hier zwei hin dann kommt jetzt hier die kiste hin und das kommt nach da was macht er jetzt sorry jungs weil ich nicht so ganz anwesend bin aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren den macht er jetzt noch hier dann macht er was ist er erstmal ein bisschen überfordert selber hier ein block oben drauf block hier hin dann kommt der repeater hier drauf hier die redstone torch und das ding kommt oben drauf ok ich höre es extra ohne ton damit ihr das nicht hört ich glaube das reicht wenn ich das so dumm kommentiere jetzt erzählt er irgendwas über den repeater glaube ich jetzt schnappte sich die rails legt damit an dass er so macht er eins zu drei eins zu drei vier fünf sechs 1,2,3 oh gott jetzt ist er schon zu schnell für mich oh nein jetzt mache ich ein bisschen freestyle oh ich glaube ich habe ihn verloren und das stimmt nicht so zwei habe ich noch über dann ist es bestimmt hier die zahl kommt hier noch nein da kommt noch eine rail hin wartet mal jungs jetzt hat er mich komplett verwirrt jetzt hat er es noch mal offen hier hat er drei freigelassen hier noch eine drauf sind es wirklich drei die der da freigelassen hat oder vier muss ich zurück skippen leute es tut mir leid jetzt macht er eins zu drei jetzt macht er wie viele raids macht er hin leute eins zu drei vier fünf macht er hin hier macht er drei und dann eins zu drei vier fünf dann müssen die hier weg aber dann stimmt irgendwas nicht ich habe zu wenig rails aber jetzt macht er fünf fünf ich glaube der hat eine eine rail vergessen ich habe ja nur drei power rails über jetzt das verstehe ich jetzt nicht das verwirrt mich jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht jetzt schon den haben wir den haben wir korrigiert dass er so rum ist den haben wir so dann kommt der oben drauf genau der das komische debil was hier hochgelandert glaube ich was macht er jetzt als nächstes oh oh jetzt brauchen wir redstone torches müssen nämlich jetzt gepowert werden genau die hat er auch gepowert irgendwie perfekt passt hier soweit jetzt fängt er an mit dem dirt auf der ebene genau das habe ich auch so das zieht er jetzt weiter durch zieht das bis ganz hinten durch jetzt zieht es bis ganz hinten durch hier kommen jetzt die zwei steine hin jetzt macht er hier eine umrandung hier die umrandung haben wir in dem szenario jetzt schon jetzt geht es los dass er hier die stairs platziert ok und jetzt wird es crazy shit hier muss ich kurz pausieren weil jetzt muss ich erstmal alles frei klopfen bis dahin das hat er natürlich nicht weil er baut das ganze in der flat world wir natürlich nicht weil wir sind ja amateure zombie geräusche facken übelst ab beim bauen ich bin hier gerade beschäftigt zombies mach mal halb dran kollege so so komm mal zu hier ok da brauchen wir jetzt die stairs jeder von hinten ist ganz vorne durchgezogen genau so aber auch schöner jetzt ist doch unnötiges muss sollen jetzt sieht man eh nichts mehr am ende so mal gucken was er jetzt macht ich mach dasselbe nochmal auf der anderen seite das haben wir ja schon weil wir einfach schneller sind als er jetzt nimmt er sich die observer und die pistens oh und setzt noch Wasser hier rein ok 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 das müssen wir halt jetzt einzeln platzieren das ist ein bisschen blöd ja wir haben ja eine endliche Quelle können wir sogar mit drei einmal gleichzeitig arbeiten trotzdem im Moment dauern denke ich mal so das müsst ihr dann auch alles so nachmachen wenn ihr die Farm auch haben wollt Freunde zack nochmal drei 36 Wasser die wir jetzt passieren müssen mega cool ich will mir nichts besseres an dem heutigen Tag vorstellen die 36 Wasser zu platzieren perfekt so äh trotzdem können wir drei einmal das ist wirklich super hätte ich die Farm doch draußen bauen sollen bisschen Angst grad wegen dem bisschen Angst grad wegen dem ähm ähm super kann man ja nur anpflanzen wenn gutes Licht da ist und ich weiß nicht wie ich jetzt effektiv hier gutes Licht reinbringen kann gleich aber ich denke da finden wir irgendeine Methode das ist ganz cool wenn ihr unterirdisch ist das wird hier draußen halt so random rumstehen das wäre auch ein bisschen wack glaube ich die Eisenfarm habe ich was cooles gesehen dass man so eine weiß nicht ob ihr das schon mal gesehen habt auf TikTok oder so wie so ein Eisengolem als Statue und dann ähm ne bring's drauf äh die Eisenfarm in den Villagern so so das Wasser hätten wir sind aber auch schon wieder bei 16 Minuten meine lieben Freunde wir würden sagen was ist gewesen äh und in der nächsten Folge bauen wir weiter die Farm äh ich hoffe die Folge hat euch gefallen und dann würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal macht's gut ciao rein